Jetzt machen wir gerade den Sprung in die XXL. Das ist die grösste Größe, die wir heute Abend zu bieten haben. Kleidergrößen heissen auch so, Übergrößen gibt es schon fast nicht. Sieben bis und mit zehn Kinder kommen jetzt auf die Bühne. Jetzt möchte ich doch sagen, die Letzte, die hier auf die Bühne kommt, meine ich ist fast die Jüngste und hat das Zehnte unterm Bauch. Schaut sie euch einfach mal an, ob das wirklich der Wahrheit entspricht, je mehr Kinder, desto erschöpfter, desto ausgelabter, desto weniger Zähne. Ich glaube, das stimmt nicht. Schaut sie euch einfach mal an, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Schaut sie euch einfach mal an, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Schaut sie euch einfach mal an, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Schaut sie euch einfach mal an, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Schaut sie euch einfach mal an, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Schaut sie euch einfach mal an, ob das wirklich der Wahrheit entspricht. Schaut sie euch einfach mal an, ob das ganze Bearn. Untertitelung. BR 2018 Sagt es doch noch schnell, wie viele Kinder ihr habt. Sieben. Acht. Sieben. Neun. Sieben. Zehn. Neun. Und eins. Plus eins. Sieben. Neun. Plus eins. Sieben. Plus neun. Zehn. Sieben. Acht. Sieben. Sehr schön. Also, so sieht, kann man aussehen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. θη